Oh, 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 die weg. Oh, jetzt sollten wir scheinbar weg. Steck auf, steck auf. Oh, nicht wieder zurück? Erstmal nach hier oben und gucken, ob jemand kommt. Oh. Und wenn die jetzt hier von dem Tal aus kommen? Von hier oben können sie nicht kommen. Die können halt nur von da unten. Oh. Oh. Untertitelung. BR 2018 Okay, lass uns weiter. Und wenn sie jetzt angeritten kommen? Dann haben wir ein ganz großes Problem. Scheiße, da steht noch eine. Da steht auch noch eine. Was, wo? Die haben hier alles voll. Ja, ich brauch nur mal ne Meiche. Na, man muss näher dran sein. Und da steht auch noch eine. Scheiße, noch eine. Dann haben wir erstmal... Ich sehe meine Hand vor den Augen nicht. Ich sehe auch überhaupt nichts. Oh, hier sind... Sind das unsere Spuren? Ja. Okay, ich guck jetzt noch einmal hier in die Häuser. Warte mal. Okay, und abhauen. So, das wird ihre Arbeit ein wenig stoppen. Vielleicht sollten wir den seitlichen Pass nochmal wieder nehmen. So, das wird ihre Arbeit ein wenig stoppen.